Die Sekunde ist die Basiseinheit der Zeit im internationalen Einheitensystem. Sie ist etwa einen Herzschlag lang. Die Unterteilung der Stunde in 60 Minuten zu je 60 Sekunden findet sich bereits um 1000 in einer Schrift von I.B. Rooney. Als Sekundar von Lateinisch Pass Minuta Sekunda ist sie seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Im Jahre 1585 konstruierte Joost Burgi erstmals eine Uhr mit Sekundenzeiger. Später wurde die Sekunde genauer über den mittleren Sonnentag definiert ab 1960 als Ephemeridensekunde über die Dauer des tropischen Jahres. Seit 1967 ist die Sekunde als das 9192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden hyperfein Strukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nucleids Cäsium 133 entsprechenden Strahlung festgelegt. Sie wird daher auch Atomsekunde genannt. Definition Eine Sekunde ist das 9192 631 770-fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden hyperfein Strukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nucleids 133 Cäs entsprechenden Strahlung. Definitionsgemäß ist die Sekunde also das Vielfache der Periode einer Mikrowelle, die mit einem ausgewählten Niveauübergang im Cäsiumatom in Resonanz ist. Daher wird sie als Atomsekunde bezeichnet. Atomuhren basieren auf der Messung dieses Übergangs. Ihre Genauigkeit wurde seit der oben angegebenen Definition um mehr als 14er Potensen auf 10-15 gesteigert. Definitionsgeschichte Bis 1967 beruhte die Sekunde auf astronomischen Messungen. Sonnensekunde Der Bruchteil des mittleren Sonnentages Diese Festlegung wurde eingeführt, damit ein durchschnittlicher Sonnentag 24-60-60 Sekunden lang ist. Das entspricht der Zeit, nach der eine fiktive mittlere Sonne wieder an gleicher Stelle steht. Beachte, dieser mittlere Sonnentag ist um ein 365. Stillstill länger als die wirkliche Umdrehungsdauer der Erde von 86.164,091 Sekunden. Die Differenz spiegelt die jährliche Erdbahn um die Sonne wieder, denn unsere Uhrzeit richtet sich nach dem Sonnenstand und nicht nach den Sternen. Ephemeridensekunde Der Bruchteil des tropischen Jahres am 0. Januar 1900 um 12 Uhr Er bezieht sich auf das damalige Verhältnis zwischen Jahresdauer und Erdrotation. Um 1885 stellte Karl Friedrich Küstner fest, dass die Rotationsachse der Erde eine Polbewegung von 5 bis 10 Meter durchführt. Genauer wurde dies von Richard Schumann und Z. Carlo Schendler analysiert und war der erste Hinweis, dass sich auch die Rotationsdauer selbst verändert. Man konnte es aber mit den damals besten Uhren noch nicht nachweisen. Dies gelang erst Adolf Scheibe und Udo Adelsberger 1934 an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Nach Ausräumung eigener Bedenken publizierten sie die Ergebnisse 1935 und präzisierten sie durch die von ihnen entwickelte Quarzer. Ab etwa 1950 wurde klar, dass die laufend verbesserten Quarzeren ein besseres Zeitnormal wären als die Erdrotation. Die astronomische Tageslänge verlangsamt sich nicht nur allmählich wegen der Gezeitenreibung, sondern zeigt auch unregelmäßige Änderungen durch Magmaströme zwischen Erdmantel und Erdkern. Durch die Verlangsamung der Erdrotation verschiebt sich der Sonnentag gegenüber einem völlig gleichmäßigen Zeitmaß. Zur Kompensation muss alle 2 bis 5 Jahre eine Schaltsekunde eingefügt werden, um alle Uhren mit dem zwar nur um Sekunden Bruchteile, aber länger werdenden Sonnentag zu synchronisieren. Mit der Sekunde zusammenhängende Einheiten. Die Einheitssekunde ist mit verschiedenen Vorsätzen für Maßeinheiten in Verwendung. Beispielsweise, als größere Zeiteinheiten sind Minute, Stunde und Tag üblich und in Deutschland gesetzliche Maßeinheiten. Vergrößernde SI-Vorsätze wie Megasekunde sind zwar zulässig, aber sehr unüblich. Eine Sekunde kann außerdem noch in 60 kleine Zeiteinheiten, die Terzien unterteilt werden. Dies ist heute aber ungebräuchlich. Trivia Mit Einführung des französischen Revolutionskalenders 1792 nochmals gültig während der Zeit der Pariser Kommune, wurde zugleich der jüngste Versuch unternommen, die Zeiteinteilung eines Tages auf das Dezimalsystem umzustellen. H. Ein Tag wurde in 10 Stunden geteilt, eine Stunde in 100 Minuten und eine Minute in 100 Sekunden. Demnach hatte ein Tag nunmehr 100.000 Sekunden gegenüber 86 400 Sekunden herkömmlicher Bestimmung. Für die kleinste Zeiteinheit war diese Dezimalzeit von unmerklicher Auswirkung, da sie lediglich um ca. 15% kürzer war. Stärker waren die Auswirkungen auf die beiden nächsthöheren Zeiteinheiten.